Neben den 16 Generalfeldmarschellen des Heeres, über die es dieses Video gibt, waren zwei Offiziere der Kriegsmarine zu Großadmiralen befördert worden. Am 1. April 1939 Admiral Erich Räder und am 31. Januar 1943 Admiral Karl Dönitz. Der war im Ersten Weltkrieg zuletzt als Oberleutnant zur Seekommandant des hochseefähigen U-Boots UC-25 gewesen und wollte diese Offensivwaffe bereits vor dem Zweiten Weltkrieg absolute Priorität einräumen, hatte sich aber nicht gegen den 15 Jahre älteren Erich Räder durchsetzen können. Räder war im Ersten Weltkrieg entweder in Marinesteben oder auf Überwasserschiffen eingesetzt und hatte in Panzerschiffen die Hauptwaffe der Kriegsmarine gesehen. Bei dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Erich Räder wohnten zwei Sälen in der Brust, wie auch bei der Mehrzahl der Generale der Wehrmacht. Wie sonst ist es zu erklären, dass er noch 1932 Hitlers Reden als verbrecherisch bezeichnet hatte, aber immer wieder als einziger der anwesenden Offiziere den sogenannten deutschen Gruß zeigte und sich am 30. Januar 1937 das ihm von Hitler verliehene goldene Parteiabzeichen an die Uniform stecken ließ. Und ebenso überflüssig für einen aktiven Offizier war auch die Annahme einer Geburtstagsgelddotation in Höhe von 250.000 Reichsmark anlässlich seines 65. Geburtstages. Räder, geboren am 24. April 1876 in Hamburg-Wansbeck, war bereits 1928 Chef der Marineleitung geworden, eine Dienststellung, die 1935 in Oberbefehlshaber der Kriegsmarine geändert wurde. In Konkurrenz zum U-Bootmann Dönitz rechts hatte Räders Plan den Bau einer Reihe von schweren Überwassereinheiten vorgesehen. Aber als im September 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, den er nicht befürwortet hatte, hatte er klargestellt, dass die Kriegsmarine der Kontinentalmacht Deutschland noch in keiner Weise für einen Krieg mit der überragenden Seemacht Großbritannien ausgebaut war. Auch hatte er starke Bedenken gegen das geplante Unternehmen Seelöwe geäußert, der Invasion Englands, wozu es dieses Video gibt. Für ihn, Dritter von links, hatte die wahre Bedeutung in der Beherrschung des Mittelmeeres gelegen, dass Großbritannien dominierte. Am 27. September 1940 hatte er in einem Vortrag vor Hitler und in Anwesenheit des Generalfeldmarschalls Wilhelm Keitel und Generaloberst Alfred Jodel aufgezeigt, was die strategischen Folgen der vernichtenden Niederlage waren, die der britische General Archibald Percival Weybel der italienischen Armee am 10. und 11. Dezember 1940 bei dem nordafrikanischen Sidi Barani beigebracht hatte. Aber Raeders Ausführungen waren nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Überhaupt hatte sich Raeders Verhältnis zu Hitler im Laufe der Kriegsjahre immer mehr abgekühlt. Darüber hinaus hatte er in Besprechungen der frühen Phase des Krieges Hitler mehrfach widersprochen, besonders auch bei dessen Planungen zum Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941. Er war aber weitestgehend der einzige Mahner auf weiter Flur gewesen, da die Vertreter des Heeres, Generalfeldmarschall Walter von Brauchitsch links und Generaloberst Franz Halder rechts neben Hitler nicht gewagt hatten, ihre Bedenken laut zu äußern. Und jegliche Kritik von Reichsmarschall Hermann Göring am Unternehmen Barbarossa hatte nach der Niederlage seiner Luftwaffe in der Schlacht um England keine Durchschlagskraft mehr. Jedenfalls hatten Raeders wohlbegründete Einwände bei Hitler nicht nur für schlechte Stimmung gegenüber ihm gesorgt. Denn jetzt erweiterte Hitler seine Kritik auf die gesamte Kriegsmarine, der er einen schlechten Zustand vorwarf, besonders was die Überwassereinheiten betraf. Die hatten 1939 mit dem Verlust des Panzerschiffs Admiral Graf Spee, 1940 mit dem schweren Kreuzer Blücher und 1941 mit dem Schlachtschiff Bismarck drei Großkampfschiffe verloren. Als dann am Ende des Jahres 1942 das Kriegsmarineunternehmen Regenbogen gegen einen alliierten Konvoi in der Barentsee mit dem Panzerschiff Lützow, dem schweren Kreuzer Admiral Hipper und weiteren sechs Zerstörern gescheitert war, hatte Großadmiral Raeder nach einem Wutanfall Hitlers, indem er unter anderem der Kriegsmarine sogar Feigheit vorgeworfen hatte, um seinen Abschied gebeten, der ihm am 30. Januar 1943 gewährt worden war. Seine Ernennung zum Admiralinspektor war nur noch Kosmetik. Raeder hat sich nach der Kapitulation 1945 in Berlin der sowjetischen Besatzungsmacht gestellt und war nach Moskau gebracht worden, wo er quasi als Gast in einem Landhaus, wie seine Frau berichtete, gelb markiert, mit reichlich Kaviar bewirtet worden war. Abhandlungen über die deutsche Marine verfasst. Angebote zu einer weitergehenden Zusammenarbeit, grün markiert, hatte er allerdings abgelehnt. Aber urplötzlich waren er und seine Frau nach Nürnberg geflogen worden. Im Bild ist der Justizpalast, wo sich der ehemalige Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, Raeder, blauer Punkt, zusammen mit Großadmiral Dönitz, grüder Punkt, auf der Anklagebank, wiederfand. Am 1. Oktober 1946 wurde Großadmiral Adi Raeder im Nürnberger Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt und in das Gefängnis Spandau verbracht. Seine Bitte nach Exekution durch Erschießen war, ebenso wie Gnadengesuche von Kameraden, von den Alliierten abgelehnt worden, wie auch das Gnadengesuch für Dönitz. Am 26. September 1955, nach neun Jahren Haft, war Erich Raeder aus gesundheitlichen Gründen entlassen worden. Später war er, ebenso wie Großadmiral Dönitz, wie hier am Marine-Ehrenmal Wilhelmshaven, immer wieder Gast der Bundeswehr gewesen, die allerdings seit Jahrzehnten beide Namen aus ihrer Traditionsliste gestrichen hat. Als der Träger des Ritterkreuzes des Eisenern Kreuzes Raeder am 6. November 1960 in Kiel verstorben ist, hatte auf Wunsch des Inspekteurs der Bundesmarine Friedrich Ruge, Raeders Nachfolger, als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, der ehemalige Großadmiral Karl Dönitz, die Grabrede gehalten. Admiral Ruge hat sich später von beiden distanziert. Seinen Nachfolger hat Raeder bei seiner Verabschiedung selber vorgeschlagen, nämlich dem Befehlshaber der U-Boote Dönitz und einem zweiten, Generaladmiral Rolf Karls. Der ist am 24. April 1945 als Landrat des Landkreises Stormann mit weiteren 705 Menschen bei einem britischen Bombenangriff auf Bad Oldesloe gefallen. 1943 hatte sich Hitler allerdings für den seit 19. September 1939 als Befehlshaber der U-Boote, kurz BDU, eingesetzten Karl Dönitz entschieden. Mit dessen Ernennung war die Ära der Überwasserschiffe bei der Kriegsmarine beendet worden. Karl Dönitz, geboren am 16. September 1891 in Grünau bei Berlin, war im Gegensatz zum eher opportunistisch eingestellten Raeder sowohl vom Nationalsozialismus als auch von Hitler überzeugt und hat seine Zustimmung dazu in Befehlen und Ansprachen immer wieder zum Ausdruck gebracht, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war am 30. Januar 1943, ein paar Tage später, sollte die 6. Armee im Stalingrader Kessel kapitulieren, unter Überspringung des Dienstgrades Generaladmiral zum Großadmiral ernannt worden. Er hatte dann sofort die Beförderung allen Marine-Dienststellen und den auf See befindlichen Schiffen und Booten per Funk mitteilen lassen. Diese erste Großtat des frischgebackenen Großadmirals war von den Marinefunkstellen wortgleich und mit allen relevanten Verschlüsselungsverfahren gesendet worden, worüber sich besonders die englischen Entschlüsselungsspezialisten im Landhaus Bletchley Park nordwestlich von London gefreut haben, da sie damit unverhofft eine 1A-Gelegenheit zur Dekodierung der Verschlüsselungsverfahren bekommen hatten. Auch in seiner neuen Stellung als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war Dönitz Chef der U-Boot-Waffe geblieben und hatte lediglich unterstützt von 6 Stabsoffizieren der Kriegsmarine seine Boote immer wieder mit Durchhalteparolen herausgeschickt. Und das, obwohl die alliierten Geheimdienste inzwischen nicht nur jeden deutschen geheimen Enigma-Funkspruch in Minuten schneller entziffern konnten, sondern jetzt auch über immer neue technische Mittel verfügten, die deutschen U-Boote auszumachen und dann mit gewaltiger Luft und Seeüberlegenheit, die geführt wurden von Hunderten von Seekriegsspezialisten, zu vernichten. Aber Dönitz war bei seiner Auffassung geblieben, den U-Boot-Krieg nach seinen Regeln zu führen und hatte sich dabei auch nicht vorstellen können, dass der Code der Enigma-Maschine geknackt werden sein könnte. Diese Fehleinschätzung und der Befehl an die U-Boote, gegebenenfalls auch über Wasser angreifen zu müssen, hat zu unglaublichen Verlusten geführt. Von 820 deutschen Unterseebooten sind im Zweiten Weltkrieg 739 verloren gegangen, das sind 95,2%. Und von den rund 41.000 meist blutjungen U-Boot-Soldaten sind 30.000 gefallen. Darunter war auch Leutnant zur See Peter Dönitz, der jüngste Sohn des Großadmirals. Der war Wachoffizier auf U-954 gewesen, als das am 19. Mai 1943 von der britischen Schaluppe Sennen einem kutterähnlichen Segelboot und der Fregatte Jet, hier ein Schwesterschiff, im Nordatlantik südostwärts von Cape Farewell bei Grönland mit allen Besatzungsmitgliedern versenkt worden ist. Daraufhin war dem zweiten Sohn von Dönitz gedämigt worden, Oberleutnant zur See Klaus Dönitz, einstweilen, seine Ausbildung zum Marinearzt weiterzuführen. Allerdings ist auch Klaus Dönitz als Marineassistenzarzt gefallen, als das Schnellboot S-141, hier ein anderes Boot gleichen Typs, das mit neun anderen S-Booten einen Geleitzug nahe Chelsea-Bill im englischen Kanal angreifen sollte und auf dem er mitgefahren war, in der Nacht zum 13. Mai 1944 vom französischen Geleitzerstörer La Combattante versenkt worden war. Diese Platte bei der Grabanlage der Eltern erinnert an die beiden gefallenen Marineoffiziere. Als man im April 1945 die West- und die Ostfront in ein paar Stunden fast schon zu Fuß erreichen konnte, Weiß zeigt noch das von der Wehrmacht gehaltene Territorium, war Großadmiral Dönitz am 17. April neben seiner Stellung als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine gleichzeitig zum Wehrmacht-Oberbefehlshaber Nordraum ernannt worden. Als dann Hitler am 30. April im Führerbunker seinem Leben ein Ende bereitet hatte, hatte er vorher noch Dönitz testamentarisch zu seinem Nachfolger als Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Kriegsminister und Reichspräsident ernannt, der diese Ämter ab dem 1. Mai 1945 antrat. Ab dem 3. Mai hatte Dönitz seinen Regierungssitz genommen auf rund 14 Quadratkilometern im letzten Rest des unbesetzten Deutschlands, im sogenannten Sonderbereich Flensburg-Mürwig, wo er zunächst versucht hatte, einen Sonderfrieden mit den Westalliierten abzuschließen. Den hatten die Amerikaner und Briten zwar abgelehnt, hatten aber der Regierung Dönitz 48 Stunden Zeit zur Umsetzung zugestanden, sobald die Vertreter der Wehrmacht die Gesamtkapitulation unterzeichnet hätten. Diese Verzögerung von zwei Tagen hatte ermöglicht, einen erheblichen Teil der Wehrmacht im Mittel- und Süddeutschland zu den Linien der Westalliierten zu führen, was sie vor sowjetischer Gefangennahme bewahrt hat. Danach regierte Dönitz mit seiner Regierung, in der eine Anzahl ehemaliger Parteigenossen der NSDAP zu Ministern ernannt worden war, in völliger Verkennung der tatsächlichen Lage, in der er sich befand. Es scheint, Reichspräsident Dönitz und seine zusammengewürfelte Ministerriege haben damals tatsächlich geglaubt, dass die siegreichen Kriegsgegner sie weiter regieren lassen würden. Aber in Wirklichkeit war das nur die Ruhe von dem Sturm gewesen. Denn als die sowjetische Seite wegen der bisher kaum behelligten Regierung Dönitz interveniert hatte, hatte auch Winston Churchill links seinen Schutz zurückgezogen. An sich hatte ja der britische Premier die Regierung Dönitz einstweilen im Amt lassen wollen. Aber als sich dann am 21. Mai auch noch das alliierte Hauptquartier unter US-General Dwight D. Eisenhower den sowjetischen Vorschlägen angeschlossen hatte, die Flensburger Regierung aufzulösen und ihre Mitglieder als Kriegsgefangene zu verhaften, war am 23. Mai ein britischer Offizier zum Hauptquartier von Dönitz gekommen und hatte um ein Gespräch mit den Regierungsmitgliedern gebeten. Daraufhin waren Großadmiral Dönitz links und der ehemalige Chef des Wehrmachtsführungsstabes im Oberkommando der Wehrmacht Generaloberst Alfred Jodel und der Nachfolger von Dönitz als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Generaladmiral Hans Georg von Friedeburg an Bord des Wohnschiffs Patria gebracht worden, wo ihnen US-Generalmajor Lowell Ward Rooks die Auflösung der Regierung mitteilte, sie verhaften ließ und anordnete, sie vorsorglich nach versteckten Giftfläschchen zu durchsuchen. Dann hatten britische Soldaten die Flensburger Gebäude gestürmt. Mit der extra für die internationale Presse öffentlich durchgeführte Verhaftung der 420 Mitglieder der Regierung Dönitz war jegliche Tätigkeit irgendeiner deutschen militärischen oder zivilen Dienststelle beendet worden. Darüber hinaus war auch keine zentrale Behörde beibehalten worden, um Deutschland zu regieren. Dieses Machtvakuum im total geschlagenen Deutschland dauerte fast zwei Wochen. Bis am 5. Juni 1945 um 18 Uhr von links nach rechts die Generale Bernhard Montgomery für das Vereinigte Königreich, Dwight Eisenhower für die USA, Georgi Schukow für die UdSSR und Jean de Latre de Tassigny für Frankreich in Berlin-Köpenick mit der Berliner Erklärung, die direkte Kontrolle über die Verwaltung Deutschlands mit absoluten Befugnissen übernahm. Damit hatte Deutschland ab diesem Tag auch offiziell keine Regierung mehr. Der seinerzeit mit zum Wohnschiff Patria geprachte Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg, Mitunterzeichner der in der Nacht vom 8. zum 9. Mai ratifizierten Kapitulationsurkunde im Hauptquartier der Roten Armee in Berlin-Karlshorst, war damals vom Schiff in seine Unterkunft in der Flensburger Kaserne Meyerwick zurückgekehrt und hatte sich mit Suyankali das Leben genommen. Zurück zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Kriegsminister und Reichspräsident Karl Dönitz. Der war nach seiner Verhaftung mit dem Rest der Regierung zunächst im Kriegsgefangenenlager Nr. 32, dem Camp Eskern im luxemburgischen Bad Mondorf eingesperrt worden. Später im Nürnberger Prozess war Dönitz wegen Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen das Kriegsrecht zu zehn Jahren Haft verurteilt, die er im Gefängnis Berlin-Spandau bis zum letzten Tag absaß. Eine geplante Verurteilung wegen des uneingeschränkten U-Boot-Krieges hatte wegen ähnlicher Aktionen der Alliierten nicht stattgefunden. So war bekannt geworden, dass insbesondere die britische Admiralität bereits am 8. Mai 1940 befohlen hatte, alle feindlichen Schiffe im Skagrak sofort zu versenken. Und Admiral Chester Nimitz, Oberbefehlshaber der US-Pazifik-Flotte während des Krieges, hatte schriftlich erklärt, dass auch die US-Navy im Pazifik einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegen Japan geführt habe, ab dem Tag, an dem die USA offiziell in den Krieg eingetreten war. Was Dönitz' Einstellung zu seiner Verantwortung als Befehlshaber betraf, war er auch während seiner Haft dabei geblieben, nichts falsch gemacht zu haben und hatte auch jegliche Mitverantwortung für kriminelle Aktionen der Reichsregierung abgelehnt. Bemerkenswert war allerdings auch, dass über 100 hochrangige alliierte Marineoffiziere Briefe in das Gefängnis an Dönitz geschrieben hatten, in denen sie ihre Enttäuschung über die nach ihrer Meinung nach Ungerechtigkeit und das Urteil gegen einen, wie sie schrieben, verdienten Offizier zum Ausdruck gebracht haben. Nach seiner Entlassung aus der Haft 56 war Großadmiral A.D. Karl Dönitz, der 43 mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet worden war, in Schleswig-Holsteinische Aumühle verzogen, wo er 1980 im Alter von 89 Jahren verstorben ist. An sich hätte Karl Dönitz ja als letztem deutschen Staatsoberhaupt, Großadmiral und Träger des Ritterkreuzes ein militärisches Begräbnis zugestanden. Das war jedoch vom damaligen SPD-Verteidigungsminister Hans Apel untersagt worden gegen einen Sturm der Entrüstung. Allerdings war bereits 1969 unter dem CDU-Verteidigungsminister Gerhard Schröder in Absprache mit dem damaligen Generalinspektor Ulrich de Maizière eine Anweisung herausgegeben worden, dass die Bundeswehr auf ein militärisches Zeremoniell bei Dönitz Beisetzungen verzichten solle, da man, Zitat de Maizière, den Soldaten Dönitz nicht von seinem politischen Verhalten um und nach dem 20. Juli 1944 trennen könne. Diese Weisung war von SPD-Verteidigungsminister Helmut Schmidt noch einmal verschärft worden, die dann wiederum von dessen Nachfolger, dem SPD-Verteidigungsminister Georg Leber, wieder abgemildert worden war. Bis sie vom SPD-Verteidigungsminister Apel und der Bundeskanzler Helmut Schmidt so verschärft worden war, dass es jetzt allen Soldaten generell untersagt wurde, in Uniform an der nicht-militärischen Beisetzung teilzunehmen. An der Trauerfeier am 6. Januar 81 in Aumühle hatten 5000 Menschen teilgenommen. Damit war das letzte Staatsoberhaupt des untergegangenen Dritten Reiches nur noch Geschichte. Donner